Die Ballerüse werden Sie in Staunen versetzen. Macht euch gefasst auf. Nijinsky! Mein Bruder ist der größte aller Tänzer. Er ist der Gott des Balletts. Er ist Václav Nijinsky. Ich folge wie gebannt seinen Bewegungen. Wieder und wieder. Im Flug steht er still, berührt einen winzigen Moment lang den Boden, hebt wieder ab. Er ist in seiner eigenen Welt. Er ist frei. Ist mein Bruder geisteskrank? Er sagt, seine Seele ist krank, nicht sein Körper. Er möchte tanzen. Er sagt, er wird sich umbringen. Er möchte nicht, dass sein Herz aufhört zu schlagen. Und ich? Ich bin Lani Činska, die Schwester. Ich tanze in seinem Schatten. Aber eines Tages wird er mich tanzen sehen und stolz sein. Weil er weiß, dass ich das habe, was man mit noch so viel Fleiß nicht erlernen kann. Wahre Begabung. Die Schwester des Tänzers. Ein bewegender Roman über zwei ungleiche Geschwister. Über den unbedingten Willen zum Erfolg. Und über die Liebe zum Tanz. Ein bewegender Roman über zwei ungleiche Geschwister. Die Schwester des Tänzers. Aber das ist das negative. Die Schwester des Tänzers. König- und schreien. Vielen Dank.